Musik So, Hallöchen Zuschauer von Let's Promo und zwar in diesem Rubrik Do It Yourself Ja, dieser Name ist wirklich ziemlich 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 Na, wir können selber wenden, wie ihr wollt Egal, auf jeden Fall nutze ich jetzt diese Chance um meinen Kanal und Channel ein bisschen zu promoten Äh, ja, warum nicht Ist immer gut So, ähm, mein Kanal ist TheVolltrottel0 Ja, ihr werdet euch sicher fragen What the hell, warum nennt das ich selber Volltrottel? Das hat einen bestimmten Grund dass ich noch nicht verraten werde, doch irgendwann werde ich schon verraten Bis dann bleibt ein Geheimnis Hehe, ich bin gemein So, ähm, was ihr von mir erwarten könnt oder was Videos nicht mache Das kann ich vielleicht mal zeigen Das wäre vielleicht Interessant So, wie ihr schon sehen könnt Ich spiele meistens, ähm, Nintendo-Spiele Ähm, warum? Warum? Warum nicht Natürlich wie auch andere Spiele Aber, äh, meistens Nintendo-basierte Spiele Wie Metroid oder Zelda Ein Beispiel Außerdem, was ich noch gerne mache sind zum Beispiel Tutorials Und vor allem, ja, was Tutorials natürlich Tutorials für Speed Arts, Backgrounds und Intros Und, ja, und so ein Blub halt Und, ähm, hab schon auf jeden Fall sehr, sehr viele Backgrounds gemacht Das sind jetzt nur ein paar Speed Arts Äh, ich habe, äh, schon, keine Ahnung, über 30, glaube ich Oder 20, 30 Backgrounds für kleine YouTuber gemacht Das mache ich ziemlich gerne auf jeden Fall Es kommen auch immer mehr Leute Irgendwann, das glaube ich bin zu vielen Aber egal Äh, auf jeden Fall macht es ziemlich Spaß Ihr könnt ihn, äh, auch bei mir Bewerben Das ist könnte scheiße Aber ich sage einfach nur, äh, dass ich Backgrounds mache Ja, so Ähm, ja, was noch, äh, was ihr von mir erwarten könnt Wie gesagt, also, Nintendo-Spiele Backgrounds für so ein Design-Scheiß-Dreck Ich weiß, mir fällt kein Wort ein gerade irgendwie Naja, tut mir leid Ähm, ja Was ich in Zukunft noch plane Worauf wir euch freuen könnt Falls es euch das natürlich juckt Ähm, ist Zeichen-Tutorials Ja, ich zeichne auch Pinspinning-Tutorials Ich mache Pinspinning Assassin's Creed Ähm, League of Legends Ihr könnt es mögen oder hassen Je nachdem Und Star Fox Adventure halt noch Denn du spiel halt Toll Äh, bisschen zu mir Ich heiße Simon und bin 14 Jahre alt Und komme aus Stuttgart Zwar nicht genau, aber in der Nähe Aber mehr will ich gar nicht verraten He, he So Ja, das war's eigentlich schon Mit dem kleinen Informations-Promotion Do it yourself Nicht vergessen, ups, na Äh, Video Ich entschuldige mich, weil Mein Mikro ist ziemlich empfindlich Gegenüber Dingsbums-Geräusche Tut mir leid Ähm Ja, das war's eigentlich schon Ich will's nicht so lange machen Nicht, dass es euch langweilig wird Weil ich werde jetzt nicht Zehn Minuten lang Mein Video laufen lassen Nein, so Hirntod Deh ich noch nicht Ha Gut, das war's schon Ich hoffe, es hat euch gefallen Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Interesse gewirkt Oder es hat euch Interesse gezeigt Ja, das klingt besser Äh, meinen Channel mal zu besuchen Finde ich Ist kein Fehler auf jeden Fall Dann noch viel Spaß Beim nächsten Do-it-yourself-Promotion-Video Und natürlich auch Let's Promo Und die anderen Videos Let's Promo-Tutorials Was es noch nicht gibt Und Bis dann Ciao Ciao